schnellfeuer ist porno mehr verdächtige bäume ja wir sind glaube ich schon wieder aus dem bereich raus er wird auch immer markiert also ist das da gefallener verbündeter ja hier auch nach denen hier ronner stellfeuer jägerschuss feuert einen pfeil ab der euch tarnung gewährt wenn er einen feind trifft euer tiergefährte erhält eine coole sache kriegt die tarnung der schule zeuge ja eine bärenfalle verdächtiger baum bm 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 ich kann noch mal dagegen treten das leckerer fisch ja klar tritt dagegen und mir schießt er den ersten pfeil in ja weil ich mich gezahnt habe bis doch horst eine bärenfalle in einem fischfalle da ist wieder so ein herzchen ja die quest machen wir gerade brauchen noch ein paar bären fallen hier oder verdächtige bäume du bist auch so verdächtig aber warum darf ich dich auch treten fertig jetzt habe ich ein neues event verteidigt tu war irgendwo hier verteidigt den schreien der bären hier ist der totem schreien da drin bbom bm 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 hat kommt her jetzt fängt alles auf die fressen also ich finde diese zwischenevents eigentlich sehr cool ja aber irgendwie haben wir bis jetzt noch nichts in sachen hauptpasst gemacht bist mehr mit allem anderen beschäftigt hier Samenta, runter. Der Schnellschuss lohnt sich hier gar nicht. Du kannst doch nur rumheulen. Was kann das hier? Kurzdistanzschuss. Durchsuchen. Durchsuchen. Durchsuchen! Okay, was kann der Kurzdistanzschuss? Stößt euer Gegner mit der Kurzdistanzschuss zurück. Je geringer die Distanz, desto weiter stößt er. Okay. Merkt ihr, wir sind hier mitten im Kampf. Und dann kommt Manni und liest irgendwelche Sachen vor. Ja, jetzt kommt hier eine große Gilde und schlitzelt und alles weg hier. Es ist egal, das zählt trotzdem für uns mit. Die Events zählen grundsätzlich für alle, die daran beteiligt sind. Ja, aber... Aber es ist doch Quatsch. Na, Göttin, wer sterbt? Boom. Kann ich mich irgendwie hinsetzen? X, Y, C. Weiß ich nicht. V. Oh, mit V kann ich rückwärts rollen. Ja, kannst auch mit zweimal S drücken. Kannst du in alle Richtungen machen. Nein, zweimal S geht bei mir nicht. Bei mir schon. Ja, du musst warten, bis deine Anzeige wieder voll ist, ne? Ist ja gut. Ach, du machst das schon, Manni. Mein Staat, der hält. Die brauchen nicht mal zu den Hinrennen. Hier fallen Pfeile vom Himmel. Ich war's nicht. Ich hab die Fähigkeit noch nicht frei. 55%. Was machen wir hier? Massaker? Ich geh in der Zeit mal einsammeln hier. Ich bin schneller als ein Centaurer. Nein. Ich hab schon wieder Post. Ach so, alles neben 49 Bronze. Kupfer, Bronze, whatever. Bam, 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 bam. Es wird aber gerade unübersichtlich hier. Ich guck mir das Spektakel an. Ach so, was ich noch erwähnen möchte. Geld sammelt er automatisch ein. Ohne, dass wir was dafür tun müssen. Event fertig. Wir können zu dem Vögel hingehen. Zu dem Vögel? Du meinst zu dem Herz zu der Hand? Erstmal loote ich jetzt hier alles, was ich looten kann. Zu der Schamane. Was ist mit diesem ganzen Quatsch? Ihr kann ich verkaufen? Ja, das hab ich auch festgestellt. Das werd ich jetzt auch tun. Violen mit Kuh. Das brauch ich nicht. Schrott verkaufen. Dumpes Ball brauche ich auch nicht. Sperrschneider kann auch weg. Jetzt hab ich mein Kupfererz verkauft. Ich danke euch, dass ihr mich beschützt habt. Nun kann ich weiterhin ihren Segen stellen. Schön ist, dass sie automatisch eingebunden haben, dass du Schrott verkaufen kannst. Was sagt das doch? Ich geh mal ganz... Es steht unten ein Knopf. Ich geh mal ganz kurz zu Bier holen. Freu ich nicht. Ja. Euer Heldenweidmannsheil. Da sagt, der sagt das doch. Da ist auf der schwarzen Fläche ein bürger Knopf. An die Knöpfe. Können wir jetzt endlich mal nach Holbrack gehen? Ja, wir müssen... Da ist der grüne Kreis. Guck auf die Map. Ja? Da müssen wir hin. Du meinst, der grüne Vortex. Kupfererz. Wo hast du schon wieder Kupfererz? Oft sehe ich auf der Map. Greif ihn an! Außer Reichweite willst du mich verarschen? Was? Jetzt gehen wir zum Kupfererz. Warum verprügelst du irgendwelche harmlosen Minotauren-Kälber? Warte mal. Hier und... Ach, bis du da bist. Da! Beim Looten fehlt aber der Alles-Knopf hier, wenn ich Kupfer abbaue. Hä? Bei mir lootet er das automatisch. Bei mir nicht. Bei mir schon. Oh, guck mal, wir sind bei den Hobbits. Ich finde trotzdem interessant, wo jetzt hier... alle Sammelgegenstände lagern hingeht. Was ist das denn? Ätheren-Schlüssel-Teil. Was auch immer das kann. Was ist das? Dankbarer Kaufmann. Was ist kompakt? Spielbe. Ach so, dann sortiert er die. Halt die Klappe, Manni! Wir müssen hier, hier, da, grün, da, hier. Hä? Guck mal hier. Hier, groß, grün, Bubbel da. Nein, ist bei mir nicht da. Hier, Fährte, Fährte. Hier sind sogar Fußabdrücke, guckst du. Ja, wenn ich draufklicke, seht ihr, sehe ich da Fährte. Ja, ich gehe ja schon da hoch. Du machst erst mal nachher die Füße. habe die klingen wie du kann ich denn eigentlich hier noch mal so viel zähmen als ich immer neben so einem wolf stand konnte ich den wolf 10 vielleicht kannst du diese einfach nicht sehen warum nicht ich finde interessant dass er einen bogen hat aber sagt schädel einschlagen mein hund rumpelt an seinem napp das ist ein fertigkeitspunkt was machst du da eine spinne politik gesicht gesprungen du hast auch nur ausreden ja mein sperrfeuer ist fertig mit eine spinne den arm abgerissen ja ja hier ist eine instanz top 8 jetzt der minotauren und wasser geben wir sind beschäftigt du mickerling lauf zurück nach holbrack zu deinen spielsachen vergisst es ich schütze den geist des minotauros seht brüder er hat doch etwas grütze im kopf er hat uns durchschaut also muss er sterben redet er von mir ja scheiße wer feuer ich brauche ein großschwert dass ich den einmal quer durch die fresse ziehen kann wie viel stärker hat denn dein schwert was macht denn das an schaden weil ich habe noch eins über ich habe einen streitkolben und kein schwert wie viel schaden hat denn der streitkolben weiß ich noch nicht das ist immer noch der allererste wofür mache ich überhaupt irgendwas der hält aber ein bisschen mehr aus ach der tut nun so er trägt der feuer dürfte interessant aussehen mit der droppt bestimmt mein großschwert er hat nämlich alles er hat er mir gucken er sollte man sich auch so einst gehen der feuer weil die vollen spielzeug mit dem bogen Haha, sterb doch einfach. Was das dauert? Warum habt ihr den Geist des Minotaurus gejagt? Redet, Schwächling, sonst verfüttere ich euch an einen Bären. Wird euch nichts nutzen, wenn ihr es wisst. Jormark hat uns einen Champion geschickt und wir füttern ihn mit Minotaurin. Wittkun sagt, als nächstes frisst er den Geist des Minotaurin. Bald wird die Bestie Hohlbrack zerstören. Die Schwachen werden sterben. Die Starken werden stärker. Gepriesen sei Wittkun. Gepriesen sei Jormark. Maul halten, Idiot. Ich lasse euch gehen, aber nur damit eure jämmerlichen Freunde wissen, dass ich komme. Tut das. Und das nächste Mal, dass ich euch treffe, wird es mit der Klinge sein. Na klar. Und ich reiße sie euch aus der Hand und stopfe sie euch in den Schlund. Los. Rennt weg. Low Forest. Richtung Wandererhügel verlassen. Ja. Genutzter Kettenbeinschutz. Nein. Erstmal sind hier noch Luten. Das merkst du aber früh. Und vor allen Dingen war ich hier noch lebendrum. Mächtige überlebende Lutenstiefel. Hihi. Warte mal. Guck mal nach, wie viel er ein Streitkolben hat. Da habe ich auch Inventar geklickt. Reitkolben. Wo ist er denn? Bis 118. Ich habe 146 bis 161. Dann nimm mein Schwert hier und hatte. Nimm mein Schwert und kämpfe an meiner Seite. Was? Farbmodus? Danke. Sag mal, die Gegenstände lagern. Ich weiß immer noch nicht, wo sie lagert, aber ich packe sie weg. Wir haben noch hier so ein... Achso, die habe ich weggeschickt. Ähm, ja. Die sind irgendwo im Lager. Im Vortex. Genau. Jetzt ist dein Scheiß hier... Äh. Muss da stehen. Cut. Die Cut. Okay. Ähm, Thorfer hat Cut gesagt. Also, ähm. Haben wir da ein paar Folgen zusammen. Wir haben jetzt irgendwie uns hier durch die Gegend geprügelt. Kaufen was von der Hauptfest gemacht. Aber interessante Zwischenevents gemacht. Und, äh, ja. War toll. Wir werden das so weiter beibehalten. Genau. Ähm, denkt dran. Einschalten. Kommentieren. Liken. Favorisieren. Na doch einfach auf mit dem Quatsch. Egal. Besucht uns auf Facebook. Besucht uns auf Google+. Besucht unsere Homepage. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Und tschüss. wieder hin. Und. Untertitelung des ZDF, 2020